Hallöchen Ich habe was Neues entdeckt, und zwar die Umfragefunktion von YouTube, die ihr gleich hier oben in der Ecke seht, was damit alles möglich ist. Ja, fangen wir mit der ersten Umfrage direkt an, und zwar habt ihr Bock auf einen Livestream? Wenn ja, dann da oben gerne mal abstimmen und auch direkt abstimmen, was ihr in dem Livestream sehen wollt. Wenn genug dabei rumkommt, oder wenn genug Zuschauer dabei rumkommen, die Bock drauf haben, wird das Ganze bei Twitch, ich denke mal in den nächsten paar Monaten, irgendwann mal auftauchen. Ich werde es natürlich vorher ankündigen bei YouTube und auch auf meinen Social Media Accounts, da gerne mal reinschauen, da wird das Ganze dann angekündigt. Es dauert natürlich ein bisschen, weil ich muss das natürlich auch vorbereiten. Es ist nicht so einfach wie ein YouTube-Video machen einfach, sondern da gehört noch ein bisschen mehr Ausrüstung dazu, das muss ich mir noch zulegen. Ja, aber das möchte ich gerne für euch machen, falls ihr Bock drauf habt, also bitte abstimmen. So, lange erwartet von euch, und endlich ist es soweit. Das Stamping-Video ist heute am Start, und zwar mit der Firma Juliana Nails. Diese Firma hat mir Stamping-Schablonen sowie auch Lacke und noch 3G-Lacke zur Verfügung gestellt. Die werden wir heute mal ausprobieren, wie das Ganze so funktioniert. Ich werde euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr Stamping am besten macht und auch verschiedene Varianten zeigen. Also, viel Spaß dabei. So, aber fangen wir erstmal an, die Nägel, die ich hier schon vorbereitet habe, zu bemalen, und zwar mit den 3G-Lacken, die dabei waren. Fangen wir mal hier mit an, und zwar das Mitternachts-Blau. So, gucken wir mal, wie das deckt. Oh, das sieht doch schon ganz geil aus. Ja, deckt auf jeden Fall sehr geil. Zieht sich auch schön glatt. Ja, gucken wir mal, wie das Ganze gleich aushärtet. Kommen wir mal zur nächsten Farbe. Was haben wir hier? Äh, Make-Up Earth. Da, 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 da. Ja. Hm. Auf jeden Fall leichtes Metallic. Ja, das muss man auf dem Naturnagel wahrscheinlich zweimal auftragen. Ich lasse das jetzt hier mal einmal. Zieht sich auch schön glatt. Ja, auch sehr cool. Und dann kommen wir zur letzten, und zwar Altrosa. Hm, auch ein Glitzer. Also, so leichte Partikel, Zeugs. Metallic. Ja, deckt auch super. Schöne Farben. So, das Ganze härten wir mal eben aus. Und, ähm, ja, dann fangen wir auch schon mit dem Stamping an. Ihr braucht natürlich nicht unbedingt Gelnägel dafür. Ihr könnt das Ganze auch auf den Naturnagel machen. Einfach nur einen, ähm, Nagellack vernünftig aushärten lassen. Und dann könnt ihr da auch schon ein Stamping drauf machen. Also, wie gesagt, ihr braucht nicht unbedingt Gelnägel dafür. So, ich habe jetzt hier zwei Stamping. Ah, ich habe sogar drei. Den, den und den. Den, den und den. Ja, ähm, das Ding ist so ein Billow-Teil. Ist zwar von Conard, ist eine super Marke. Also, die machen super Schablonen auf jeden Fall. Aber, ja, das Einzige, was man davon gebrauchen kann, ist ja Schaber. Ähm, den Stempel würde ich nicht benutzen. Ja, weil der sehr ungenau ist. Damit kann man wirklich schlecht zielen. Und, ja, der funktioniert nicht so gut. Ähm, das wäre die zweite Variante. Ein Tacken teurer. Ähm, auch von Conard. Ähm, hier haben wir einen kleinen Stempel und einen großen Stempel. Mit dem kleinen Stempel lässt sich schon mal super zielen. Ähm, auf jeden Fall besser als mit dem Teil. Ähm, der Schaber ist in der gleichen Qualität wie der hier. Also, das dürfte auch super funktionieren. Aber den, den wir heute benutzen, ist der hier. Ähm, und zwar ist das ein durchsichtiger Glasstempel. Ähm, der ist wirklich perfekt zum Zielen, weil man hier unten drunter auch schön sieht, wo man das Ganze drauf platziert. Ähm, ja. Den werden wir heute benutzen. Zudem haben wir hier zwei Stempelschablonen. Die sind beide von Moyu London. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, das sind wirklich sehr geile Dinger. Also, die habe ich früher im Studio auch gehabt. Die sind wirklich von der Qualität top. Ähm, kosten zwar auch ein paar Euro mehr, sehen dafür aber sehr schick aus und funktionieren auch wunderbar. Auch sehr schöne Motive auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier die, ähm, 6er und die 17er Version. Ähm, kriegt ihr auch alles bei Juliana Nails. Also, da gerne mal reinschauen. Und ja, die werden wir heute benutzen. Zudem haben wir auch noch zwei Chromstempellacke von Juliana Nails. Die wollen wir gleich mal ausprobieren, wie gut die sind und, ähm, ob die auch schön decken und so. Weil das ist meistens bei solchen, äh, Chrom, ähm, Lacken das Problem. Ansonsten habe ich hier auch noch einen weißen Stempellack. Der ist jetzt nicht von Juliana Nails. Den bekommt ihr da aber auch. Und, ähm, ja. Starten wir doch erstmal mit den häufigsten Fehlerquellen. So, Fehlerquelle Nummer 1. Ihr habt die Stempelschablone vor euch. Ihr nehmt euren Lack. Tragt es auf. Zieht es ab. Und. Habt nichts auf dem Stempel. Woran liegt das? Ganz einfach. Ihr habt vergessen, die Folie abzuziehen. Denn auf jedem, ähm, Stempel, ähm, Stempel, ähm, Stempel, denn auf jeder Stempelschablone ist eine Schutzfolie, damit das Ganze nicht zerkratzt. Die müssen wir vorher abziehen. Oh, geil. Mhh. Gefällt euch das auch immer so gut? Oh, geil. Oh, ja. Oh, geil. Sehr cool. So, dann mache ich auch direkt noch mit der anderen, weil es zu viel Spaß macht. Ich glaube, damit könnte man auch YouTube-Kanal füllen mit sowas. Oder knistert Folie. Mhh. 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 So. Fehler Nummer 2 wäre dann, wenn ihr den Nagel nicht richtig trefft. Das heißt, andauernd an Nebenhaut und halt euer Motiv nicht dahin kriegt, wo ihr es hinhaben wollt. Ähm, ja, da gibt es eine ganz einfache Lösung und zwar den, ähm, Clear Stempel. Äh, ja, Stempel, Stempel. Ähm, ja, da könnt ihr wunderbar mit zielen, also ihr seht den Nagel auch direkt durch und könnt, äh, wunderbar euer Motiv platzieren. So, Fehler zum Nummer... Mhh. So, Fehler Nummer 2 wäre dann, wenn ihr zu lange wartet. Das heißt, ihr lasst zu viel Zeit vergehen zwischen, ähm, den Stempel von der Platte holen und das Ganze auf den Nagel bringen. Ähm, das ist natürlich doof, weil der Stempel trocknet euch dann auf dem, ähm, Stempelkissen, äh, ein. Also härtet schon durch und dann kriegt ihr das Ganze nicht mehr auf den Nagel übertragen. Okay. 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 Also direkt keine Zeit verlieren, sondern immer direkt nach dem Stempel sofort auf den Nagel drauf und dann kriegt ihr auch vernünftiges Ergebnis hin. Die nächste Fehlerquelle wäre ein zu durchsichtiger bzw. zu transparenter Nagellack, der zu wenige Pigmente drin hat. Ich würde euch wirklich empfehlen, Nagellack zu nehmen, also Stamping-Lack zu nehmen, der wirklich extra für Stamping hergestellt wurde, denn die haben mehr Pigmente drin als normaler Nagellack. Denn wenn nicht genug Pigmente drin sind, werdet ihr den Stamp nicht sehen auf dem Nagel. Und die nächste häufige Fehlerquelle oder bzw. die letzte, die ich so kenne, ist, wenn man nicht lang genug wartet, bis der Stempel trocken ist. Denn es handelt sich hier immerhin noch um Nagellack, den wir dafür benutzen. Und der braucht halt ein bisschen länger, um zu trocknen. Vor allem, wenn ihr das Ganze auch mit einem Klarlack versiegeln wollt, also einem Nagellack, Klarlack. Da solltet ihr wirklich ein bisschen länger warten, denn sonst verschmiert ihr euch das ganze Motiv wieder. Für Stempel sollte der Untergrund am besten leicht angeraut sein. Also ihr könnt euren Naturnagel natürlich nehmen oder den Nagel lackieren und darauf dann einen Stempel machen. Das geht natürlich auch. Bei einer Gelmodellage bin ich immer der Fan davon gewesen, das Ganze nach dem Aufbaugel zu machen. Das heißt, auf der angerauten Oberfläche. Ich habe jetzt hier schon eine Versiegelung bei Franzi drauf. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach nur auf die Versiegelung das Ganze. Aber wenn der Untergrund angeraut ist, hält es natürlich besser. Und ihr könnt das dann auch nochmal drüber versiegeln. Zweimal am besten. Dann hält das auf jeden Fall lange. So, kommen wir zur Variante Nummer 1. Das ist die schlichteste Variante. Das heißt, der ganz normale Stempel. Das zeige ich euch jetzt mal schnell, wie das funktioniert. Ihr tragt einfach euren Stempelnlack eurer Wahl auf. Am besten hier einfach so einen Strich. Das reicht schon vollkommen aus. Dann nehmt ihr euch euren Schaber und zieht das Ganze einmal über das Motiv. Ruhig fest aufdrücken. Und dann geht ihr einfach mit dem Stempel drüber. Und schon habt ihr das Motiv auf eurem Stempel drauf. Und dann wird das Ganze einfach nur noch möglichst mittig oder wie auch immer, wo ihr es hinhaben wollt, fixiert. Aufgedrückt, immer schön fest aufdrücken. Nicht zu wenig und dann einfach abziehen und schon habt ihr das Ganze auf dem Nagel drauf. Das Ganze entfernt ihr dann mit ganz normalen Nagellackentferner, den ihr irgendwo in irgendeiner Drogerie bekommt. Einfach nur über die Schablone gehen. Da passiert nichts, da das Ganze aus Metall ist. Genauso wie den Schaber. Den auch einmal sauber machen. Und natürlich auch den Stempel einmal reinigen. Ich sollte natürlich darauf achten, dass der Nagellackentferner komplett einmal verschwindet auf der Schablone. Also so wie hier, dass hier noch so leichte Tropfen sind, darf nicht sein. Das Ganze soll komplett verdunsten. Denn sonst löst sich der Nagellack direkt an, die Konsistenz verändert sich. Und dann könntet ihr auch Probleme kriegen, das Ganze auf den Nagel zu kriegen. Das ist die einfachste Variante, einen Stempel zu machen. Und auch die gängigste. Also so machen es die meisten. Und die nächste Variante zeige ich euch jetzt. Variante Nummer 2 wäre ein Farbverlauf im Stempel direkt drin, beziehungsweise im Muster. Dann nehmt ihr euch eure Farben, eure Wahl. In meinem Fall jetzt hier schwarz und gold. Die eine Farbe auf die eine, die andere auf die andere Seite. So. Und dann ziehen wir das mit dem Schaber 2-3 Mal ab, damit sich das so ein bisschen vermischt. Oder auch öfter. So. Und dann schnell den Stempel, das Ganze abholen. Und dann auf den Mal damit. So. Und schon habt ihr einen kleinen Farbverlauf, Übergang, wie auch immer. Falls ihr dann hier an die Ränder gekommen seid, links, rechts, wie auch immer, dann könnt ihr euch einfach hier so einen Korrekturstoff nehmen. Der ist jetzt von LCN. Habe ich damals im Wow Hybrid Nagellackset mit dabei bekommen. Und damit könnt ihr euch dann ganz einfach hier die Ränder sauber machen. Das Ganze solltet ihr dann mindestens zweimal versiegeln, damit es auch wirklich lange hält. Vor allem auch an den Rändern. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. So. Und die dritte Variante, die ich nennenswert, für nennenswert empfinde, wäre dann die Reverse-Stempel-Methode. Und zwar brauchen wir dafür auf jeden Fall schon mal ein Stempel-Motiv eurer Wahl. Dann ein Lack eurer Wahl. Das Ganze bringen wir dann, oder schaben das erstmal ab. Und dann bringen wir das auf den Stempel. So. Und jetzt habt ihr alle Zeit der Welt. Denn wir wollen jetzt das Ganze hier so ein bisschen ausmalen. Also die freien Stellen möchte ich jetzt mit einem anderen farbigen Lack einmal ausmalen. Und dazu nehmt ihr euch einfach einen anderen Stempel-Lack mit einem dünnen Pinsel. Und dann fangt ihr einfach mal an, so wild drauf rumzumalen. Einfach hier so die freien Stellen ausmalen, wo ihr Bock drauf habt. Da könnt ihr euch wirklich Zeit lassen. Nicht zu fest, nicht dass ihr den Stempel dann irgendwie kaputt macht. Also nur leicht drauf tupfen. So, und das Ganze lassen wir dann kurz einziehen. So ungefähr 2-3 Minuten am besten, damit das wirklich gut durchgezogen ist. Und dann kommt der nächste Step. So, habt ihr das dann einziehen lassen, 3 Minuten circa. Nehmt ihr euch einen Klarlack. Und geht dann einmal großzügig drüber. So, und das lassen wir dann auch wieder trocknen. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal den Nagel nachfeilen oder was anderes vorbereiten. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das durchgezogen ist. Auch so 3 Minuten ungefähr, solltet ihr euch dafür Zeit nehmen. Und dann kommt der nächste Schritt. So, habt ihr das dann getan, nehmt ihr euch eure Versiegelung, die ihr gerade schon mal benutzt habt. Und, also eure Klarlack. Und geht dann einmal über den kompletten Nagel. Dann, nehmt ihr euch den Stempel. Und könnt dann leicht mit einer Pinzette das ganze Motiv einmal ablösen. So. Und dann andersrum auf den Nagel draufkleben. Das ganze am besten mit einem weichen Pinsel anbrücken. In jeder Ecke. Und schon habt ihr euren eigenen Aufkleber quasi gemacht. Und das ganze könnt ihr dann an den Seiten natürlich auch wieder mit dem Korrekturstift einmal abmachen. So. Dann lasst ihr das nochmal ganz kurz trocknen. Und schon habt ihr euer Motiv fertig. Da wir den Nagel ja jetzt komplett einmal mit Klarlack quasi eingestrichen haben, würde ich da jetzt kein Gel drauf machen. Keine Gelversiegelung. Denn Gel und Nagellack verträgt sich nicht so gut. Das kann schnell mal zu Liftings führen. Das heißt, ich würde jetzt hier auf so einem Motiv nur noch mit Klarlack drauf gehen. Kann die Kundin sich dann auch irgendwann abmachen, wenn sie keinen Bock mehr drauf hat. Und auf alle anderen Stampings könnt ihr ganz normal mit einer Versiegelung drauf gehen. So zum Beispiel bei so einem normalen Stempel. Da braucht ihr einfach nur mit dem eurer Versiegelung, eurer Wahl drüber gehen. Achtet darauf, dass ihr die Seiten vernünftig einstreicht. Und vor allem auch vorne die Kante schön mitnehmt. Also auch gerne ein bisschen unter dem Nagel einstreichen, damit das Ganze ringsherum einmal eingeschlossen ist. Das Ganze würde ich dann zweimal versiegeln, damit ihr wirklich auf der sicheren Seite seid, dass das Ganze auch lange hält. Und das waren jetzt meine drei Varianten an Stamping. So, das soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne Share and Time liken, abonnieren, das Glöckchen nicht vergessen. Und dann natürlich auch wieder gerne beim nächsten Mal einschalten. Würde mich freuen. Euer Chris. Ich hoffe, es hat euch gefallen.